Mörsterklaas hatte ja vor fünf Jahren begonnen als Composer Kids, so hieß das Projekt damals noch. Um es vielleicht ein bisschen catchiger zu machen und um auch dem Projekt ein bisschen gerechter zu werden, also Composer Kids, das hatte damals noch so eine Hierarchie, suggeriert finde ich, von wegen, naja, die kleinen Kinder, die schreiben jetzt halt was und dann spielen die großen Musiker das, aber so ist es ja nicht, die sollen ja auf Augenhöhe zusammenarbeiten und so ist es dieses Jahr auch. Wir hatten im Vorfeld schon mehrere Online-Meetings organisiert, wo dann die MusikerInnen, die ja aus Schweden kommen, aus dem Alex-Setson-Ensemble, dass die schon regen Kontakt hatten mit den KommunistInnen, dass man da schon ausgelotet hatte, okay, was sind denn die Vorlieben vielleicht von den MusikerInnen, wo in welche Richtung gehen die Komposition, was ist spieltechnisch vielleicht machbar und was nicht so und all die kleinen Sachen sind dann schon im Vorfeld, wie angegossen, dann für die MusikerInnen gemacht worden. Ich bin der Julian Becker, ich bin jetzt fast 17, wohne in Hannover, mache ein Jungstudium Orgel und Klavier in Leipzig und Hannover. Ich freue mich sehr hier jetzt bei Mörsterklaas zu sein, weil ich auch in der Vergangenheit immer wieder Kompositionsunterricht habe, hatte neben Orgelimprovisation auch und mir Komponieren schon immer sehr am Herzen lag und gerade was auch Improvisation betrifft, finde ich dieses Festival ganz, ganz großartig. Musik war immer wichtig, ist mir schon sozusagen in die Wiege gelegt worden, das heißt nicht unbedingt, dass ich als Grundschulkind immer bereitwillig geübt habe, aber trotzdem habe ich mit acht oder neun auch angefangen, meine ersten Stücke zu schreiben und erinnere ich mich noch an die Situation, dass ich damit zu meiner Grundschulmusiklehrerin gegangen bin und die nichts damit anfangen konnte. Solange ich nicht zur Schule muss oder mal frei bekomme oder so, ist natürlich das Üben ein ganz wichtiger Teil des Tages, das versuche ich so an die vier Stunden, wenn ich Zeit habe, sogar noch länger zu machen, Orgel und Klavier natürlich. Komponieren mache ich dann eher mal so projektweise, wie jetzt zum Beispiel hier für das Festival und wenn man irgendwo ein leeres Klavier sieht, niemanden stört und nichts zu tun hat, dann setzt man sich da natürlich dran, wie zum Beispiel Prokofjevs siebte Sonate. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich bin Thiabe Björksson, 18 Jahre alt. Ich komme aus Niedersachsen, aus der Nähe von Hannover. Ich habe sofort da angefangen zu komponieren, als ich ganz, ganz jung war. Und dann hat mich mein Dad in so eine Werkstatt reingesteckt. Und das ist eigentlich so meine erste richtige Kompostationserfahrung. Da habe ich so ein, ich weiß nicht, vielleicht 16-taktiges D-Dur-Stück oder so geschrieben für Geige. Und dann hatte ich sozusagen die schwierige Aufgabe, noch eine Scherbestimme zu ergänzen. Seitdem habe ich alle Workshops, die ich sozusagen gefunden habe, für Hannover gemacht und immer in dieser Umgebung da. Dann dachte ich, okay, wenn ich komponiere, am Klavier komponieren ist schon praktisch. Ich muss noch Klavier lernen. Dann habe ich Klavier angefangen zu lernen. Und was ich jetzt gerade mache, um sozusagen noch die Zeit auszufüllen, die ich in der Schule ertragen muss noch, habe ich jetzt ein Jungstudium, sagen. Das heißt, ich kriege einfach kostenlosen Kompostationsunterricht an der Universität. Ich glaube, mein Vorteil beim Komponieren ist irgendwie, dass ich eine sehr gute Intuition habe, ein sehr gutes Bauchgefühl. Ich bin ein guter Theoretiker in dem Sinne, als ich das angefangen habe zu lernen, das macht mir Spaß, dieses Schreiben und Überlegen mathematisch vielleicht noch ein bisschen so zu gucken. Aber beim Komponieren selber habe ich rein intuitiv entschieden, immer jede Entscheidung, wohin das Stück jetzt weitergeht, was ich jetzt höre und was da passiert, wie das weiterkommt, alles Bauchgefühl. Was mich sehr lange sehr stark inspiriert hat, sind die 20er Jahre, die 20er, vor 100 Jahren genau. Also sozusagen diese goldene Ära, Hindemith, Stravinsky, all das, das hat mich ziemlich beeindruckt. Bartok und wie auch Bartok, also wie Legitiv von Bartok beeindruckt war und so, das hat mich sehr interessiert. Mein Stück ist so ein sehr ruhiges Stück. Es ist eigentlich viel Möglichkeit da, für die Musiker sich da fallen zu lassen, in dem Stück. Das ist natürlich auch die Schwierigkeit, wenn es ein sehr offenes Stück ist. Man muss ein bisschen rumprobieren, koordinieren, aber ich würde sagen, das wird auf jeden Fall richtig gut funktionieren. Also das werden die schon richtig gut machen. Das macht auch richtig Spaß, das eigene Stück von denen zu hören. Vor allem, weil es auch für mich ungewohnte Klingeln sind. Ich bin Ferdinand Heuberger, bin jetzt gerade 19 geworden. Ich studiere in Stuttgart pro Sauna. Ja, Musik für mich entdeckt schon relativ früh. Den Spaß daran, dass ich gesagt habe, okay, das will ich auch jetzt irgendwie weiter in Richtung Beruf machen oder so. Das müsste so mit 13, müsste das gekommen sein. Das war irgendwie schon so ein Eigending. Also ich habe gesagt, ich will das machen und dann habe ich das auch gemacht. Und meine Eltern haben mich natürlich dabei unterstützt. Und der besondere Reiz war irgendwann dann schon auch, dass man damit einfach was anderes hat als andere. Bei Jugend musiziert war ich eigentlich sehr, sehr oft dabei. Ich habe es mal nachgerechnet elf Mal. Was im Nachhinein sehr, sehr gut war, weil das einfach Wettbewerbserfahrung super wichtig ist. Das war dann toll, wenn man irgendwie alt genug war. Ah, jetzt darf ich weiter zum Nächsten, in die zweite Runde sozusagen. Jetzt darf ich weiter in die dritte Runde. Das war schon ziemlich cool. Wie ich zum Komponieren gekommen bin, ich hatte Lust darauf irgendwie. Ich habe viel Musik selber gehört einfach. Was auch eine Eigenheit ist. Wenn man in diese Musikwelt reinkommt, dann driftet man manchmal so ein bisschen in seine sehr eigene Welt ab. Und dann ist es gut, wenn man nicht musikalische Eltern hat, die dann einen da wieder zurück auf den Boden holen. Das war einfach so ein Ding von, wenn das andere können, dann kannst du das ja vielleicht auch. Natürlich erst mal nach Größen nachgestrebt, die Musikgeschichte halbwegs nachkomponiert. Und dann, je mehr man lernt und kennenlernt vor allen Dingen auch, desto mehr versucht man irgendwie dann was Eigenes zu machen. Was Eigenes auszudrücken. Also nicht mehr nur was nachzukomponieren, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Handwerk schon, wo ich was schreiben kann, was funktioniert. Jetzt versuche ich was zu schreiben, was was richtig ausdrückt. Was Eigenes zu machen und dann ist es tatsächlich so, läuft man rum und brütet über einem Gedanken. Und wenn der Gedanke reif ist, dann kommt es einfach raus. Ja, meine Hand hat sehr weh getan und auch. Das ist so schön. Das ist fantastisch. Es ist auch eine Stimmung, irgendwie wie Hoffnung. Ich weiß nicht, in diesen Zeiten auch jetzt. Man trifft sich in einem sehr bedeutungsvollen Zusammenhang. Ich finde ich, dass Musik so zu schaffen und zu kreieren und so. Das ist nicht nur Mörs, aber Mörs hat das wirklich, das ist so wichtig jetzt. Für mich persönlich ist das notwendig. Also wie Lukas das hier arrangiert und macht und initiiert, das ist fantastisch. Da muss man nur gut und danken. Das ist wirklich fantastisch. Solche Initiativen sind so wichtig. Ich bin Carlotta von Schwarzenberg. Ich bin 17, seit gestern. Ich gehe aber in Würzburg zur Schule, mache nächstes Jahr Abi und habe dann vor, ein Jahr im Ausland zu verbringen und dann Komposition zu studieren. Ich kann gut vor Menschen reden, auf Bühnen stehen, präsentieren, aber ich kann keine Musik vor Menschen machen. Das fällt mir schwer, so Solo-Auftritte tatsächlich. Meine Klavierlehrerin hat mich in die Musiktheorie gebracht. Das hat mich fasziniert und dann habe ich angefangen zu komponieren und seitdem komponiere ich. Komposition hat ja auch viel mit Regeln zu tun, also so musiktheoretische Regeln, Normen. Was kann ich tun innerhalb dieser Regeln? Wie kann ich die, wie auslegen? Wie kann ich was mit den Regeln erzeugen, was nicht atypisch ist zum Beispiel? Ich habe immer so Phasen, das ist so zum Beispiel einen Monat, da mache ich fast nichts anderes. Jede freie Minute, die ich habe, sitze ich dann vor meinem schlauen Buch und schreibe irgendwas auf oder so. Da mache ich einen Monat gar nichts, einfach nur Eindrücke sammeln, die ich dann wieder Erfahrungen sammeln, die ich verarbeiten kann zum musikalischen Etwas. Die Arbeit mit den Musikern ist immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil man kriegt natürlich nicht hundertprozentig das, was man sich vorgestellt hat. Aber es ist trotzdem einfach cool zu sehen, wie das Stück zum Leben erweckt wird. Also es gibt natürlich Schwierigkeiten, denen ich, glaube ich, ganz gut mit Kreativität begegnet bin. Ich muss zum Beispiel den Glockenring für den Fuß, für den Verkashenis, das war zu zerstreut, der Klang, fand ich. Ich musste ein bisschen mit Tesa und Papier nachhelfen, jetzt ist ein cooler Sound. Und auch die Klavierstimme war vielleicht ein bisschen zu kompliziert angesetzt, mussten wir nochmal ändern. Da ich jetzt nicht so die krasse Klavierspielerin bin und die anderen Komponisten alle sehr viel besser Klavierspieler als ich, darf Tjave jetzt einen Teil übernehmen. Das ist sehr cool, das macht eher astralen. Ja, im Prinzip habe ich hier, finde ich, sehr wenig zu tun. Ich kann einfach laufen lassen, kann sie machen lassen und das, finde ich, ist eigentlich auch der Idealfall, dass also vieles einfach über die Komponisten und über die Musiker dann quasi selber läuft. Mösterklass. Vier Werke junger Komponisten werden von Festivalmusikerinnen in Mösterklass einstudiert und urabgeführt. Die Besetzung setzt sich aus Mitgliedern des Alex-Z-Zon-Ensembles zusammen. Bereits zum zweiten Mal kuratiert Lukas Döhler die ungewöhnliche Nachwuchs-Masterclass. Dieses Projekt wird unterstützt vom Kulturraum Niederrhein. Riesenapplaus!